So, guten Morgen meine Freunde. So, meine vierte Etappe beginnt. Eigentlich bin ich am Arsch, aber mein Rucksack hat immer noch glaube ich 9 Kilo. Okay, jetzt habe ich noch einen Wasserkraft, der groß ist. Das hat ja auch 1,5. Nein, dann bin ich über 10 Kilo und schleppe das Zeug mit. Wie gesagt, das Wetter ist schön. Guckt mal. Ich versuche jetzt mal schauen, wie weit ich komme. Also, ich schlauche jetzt schon wieder. Naja, also. Was ja hier echt außergewöhnlich ist, ist auf der einen Seite hast du das Meer und auf der anderen Seite hast du irgendwie die Berge. Das ist schon Hammer. Da hast du noch Kühe irgendwie. Wie gesagt, hier ist das Meer. Ja, da muss ich entlang irgendwie da wieder ziemlich weit rauf. Naja, mal schauen. Bis jetzt geht es ganz gut. Also, wir hören uns. Tschau. Jo, ich gehe und gehe und sing zwischendran. Let me entertain you. Und hier gehe ich mal wieder durch den Wald. Naja, sieht sehr spannend aus. Und wie immer, jetzt mache ich kurz nach oben. Ich gehe jetzt schon wieder eine Zeit ganz alleine. Macht mir gar nichts aus. Das ist Rock'n'Roll. Also, Rock'n'Roll Camino. So, ich bin jetzt 8,7 Kilometer durchgelaufen. Ich bin ein bisschen am Ende. Ich mache eine kurze Pause. Und bin jetzt in Itzia oder wie das heißt. Und habe noch 3,5 Kilometer nach Deva und da wird wahrscheinlich mein Aufenthalt sein. Dann schaue ich mal, was es zum Schlafen gibt, zum Essen, zum Trinken und so weiter. Also, Rock'n'Roll Camino. Ja. Das ist jetzt einmal irgendwie ein interessanter Weg. Irgendwie in der Pampas drin. Aber, ich denke, es wird gleich zu Ende sein. Aber, naja, sehr interessant. Jetzt bin ich in Deva angekommen. Ja, war leicht anstrengend, weil es immer rauf ging und wieder runter. Jetzt war ich schon in der ersten Pension. Die ist voll. Jetzt muss ich hier mal fragen, bei der Herberge. Tjo, wird spannend. Es ist 12 Uhr. Jetzt schauen wir mal. Und da hört man dieses geile Geräusch von der Ampel. Das sieht sich an wie als ein Science Fiction. Laser, Phaser. Ja? Ah, okay. Ich werde jetzt einmal checken, was geht. Also, Rock'n'Roll Camino. Und da Caro. Das ist 13 Uhr. Ja? 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 Ja?